Nein, wir warten hier, bis die vorbeigesogen sind, ne? Ja, aber die Aussage des Scherms macht ja auch Sinn. Wenn du schießen musst, dann schießt als erstes, ist ja irgendwie logisch. Si, klaro. Das ist wieder voll der Bus, Marshall. Das ist der einzige richtige. Ah, was ist... Das Bruder auf der Karre? Ich weiß nicht, konnte es sein, aber wir haben hier ein paar Kuh, ne? Und ich glaube, die Person auf Kutsche weiß nicht genau, wie man Kuh treibt, ne? Sieht ein bisschen unerfahren aus, die gute Dame. Also, mit einer Kutsche habe ich sowas noch nie gesehen. Na, por que no? Ich mein, geht schneller, ne? Hola, Senora. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Alles in Ordnung? Danke fürs Platz machen, ja, ja. Si, claro. Gute Geschäfte, ne? Danke. Hasta luego. So, für den Mundgruß. Ach, Mann. Als ich hier in den Staat gekommen bin, habe ich auch mit Farmerei angefangen. Si, yo tambien. Ich habe damals die Immobilienmarschall gemacht und dann... Ich hatte ein bisschen Geld zusammengespannt für eine kleine Ranch, ne? Aber ich habe keine Kuh gehabt. Ich hatte Schweine und Hunde. Ich konnte das nicht. Das ganze... Barmerzeug, das... Ne. Ist nicht meine Welt gewesen. Die Farmen, das war unfassbar langweilig. Keine Frage. Aber so die... Ich meine, die Schweine, das hat sich einfach finanziell gelohnt, weißt du? Ja. Das muss man zeigen. Ja. Muss ich nur noch dafür sorgen, dass meine Kollegen nicht alle die ganze Zeit in Valentine rumhocken, dann bin ich glücklich. Ne. Das stimmt wohl. Ja, die kann ich hier stellen, das ist kein Problem. Hola. Ich glaube, die richtige Waffe ist hier. Hallo, Herr Gabbenau. Hallo, Herr Gabbenau. Es war nicht Mulda. Es war Dokanta, ne? Ah. Habt ihr mich schon gesehen, oder? Schön, wo die Kuh sind gekommen entgegen, ne? Ah, das waren Sie auf der Kutsche. Schön, klar. Ja, wir dachten erst, weißt du weiße Haare, rotes Obertag. Ja, das konnte Mulda sein, ne? Ja, ich bin mal kurz die Jacke nicht. Ja, vermissen Sie Herrn Mulda, oder wie? Nein, gar nicht. Nein, ich bin auch nur geschäftlich hier. Wollte Ihnen Waffen laden und... Ah, ok. Ja, dann stellen wir uns hinten an, wenn der Governor kommt. Nein, bitte. Nein, nein, nein. Nein, bitte. Machen Sie es zuerst, wir haben noch andere Sachen hier. Ah, ok. Ja, wie gesagt, eine Bolt-Action wäre hervorragend. Ja, Bolt-Action kann ich fertig machen. Das wäre klasse. Ja, Bolt-Action kann ich fertig machen. Soll da noch irgendwas dran, irgendwelche Visieranrichtungen oder so? Nehmen Sie die Dame doch einfach mit. Ja, können wir machen. Ja, können wir eben tun. Ja. Wie wir sehen, wo es lang geht. Was treibt Sie ja, Gawinna? Ja, äh... Na, tatsächlich. Wie... Ich wollte eigentlich die... Wie heißt das? Die Winchester, die ich habe auf meinen Kutsche. Ich wollte anfragen, ob es Kampfer schon hat. Und... Ja, der Herr ist richtig... Der hat richtig Talent. Das ist verrückt. Also ich bin begeistert, dass ich so einen Mann hier in die Stadt bekommen habe. Aber das ist ja... Ja, für sie ist das natürlich gut, wenn sie hier oben sind, ne? Zumal, meine Damen, wissen Sie, ich habe mit dem sofort einen Deal ausgehandelt. Ich bin ja nicht blöd, ne? Die polieren jeden Tag ihre Waffen. Sie können sich ja vorstellen, wie kostet mich jeden Tag tausende Dollar. Ich habe ihm einen Deal angeboten. Ich sage, pass auf, ich beteilige mich an dem Waffenladen. Und dafür kriege ich immer nicht ab mit dem Waffen. Sehr, genau. Und dann habe ich gesagt, okay, kein Problem. Na, du, warum? Ja, und eine andere Frage. Ich hatte sie auch gesucht. Oder was heißt gesucht? Ich hatte gehofft, dass sie sind hier in der Stadt, ne? Das war ein Zufall, ja. Besugliche Öffnungszeiten vom Casino. Ich weiß jetzt nie. Ich hatte nichts an Pinboard gesehen, weißt du? Ja, ich... Die Clara hatte auch eine brillante Idee. Ne, ich weiß nicht. Da muss ich mal schauen, ob das umsetzbar ist, dass man vielleicht vorne... Da ist ja so eigentlich ein... Ich sage, nein, ein Aufhang an dem Schiff. Der ist halt leider nicht... Ja, kann nicht ahn, und ich weiß nicht. Da hat vielleicht auch ein Pinboard hinsetzen könnte. Dann könnten die Leute, die vergeblich dahin reisen, auch... Natürlich auch Öffnungszeiten sehen und natürlich auch... Hinterlassen. Sehr klar, ja. Das macht sie, ne? Wäre vielleicht eine gute Idee, wenn es möglich ist, wenn ich dann... Wie gesagt, ich bin noch nicht dabei gewesen, mit der Clara rumzureißen und natürlich die Pinboards zu befüllen, ähm... Weil sie ja gerade dabei ist, noch den Hand von der Zeitung zu erreichen. Wir wollten eigentlich über den Zeitungsweg auch, äh, das natürlich verkünden. Sehr. Schwierig. Ja, da wurde ich schon öfter angesprochen mit dem Schaltungsmann, aber ich kenne die leider nicht, kann ich nichts zu sagen, ne? Schade, schade. Ich hoffe, er ist nicht ausgereist, also das wäre ja undrüstig, also wir hatten die Fälle leider schon. Das stimmt. Aber wie, wie, wie sieht das denn aus? Wann habt ihr denn offen? Na, ich, ich weiß nicht, wohin, ne? Ja, ja, ich habe ja mit dem bisschen Black, habe ich gerade getroffen, äh, für mich, weil der hat ja den Saloon in Saint-Denis, möchte ja nicht sein Geschäft kaputt machen und gegenseitig natürlich wollen wir uns ja auch nicht im Weg stehen und, äh, habe ich ihn eingeladen, aufs Schiff zu kommen und dass wir uns mit den Öffnungszeiten noch gegebenenfalls abstimmen, auch mit, äh, Feierlichkeit, der nicht eine gleiche Feierlichkeit zum gleichen Zeitpunkt stattfinden lassen muss. Die Idee war, meine Idee war, dass ich täglich eine Stunde öffne und, äh, wenn der Herr von Saint-Denis, äh, natürlich da, äh, dabei ist, äh, kann man sich natürlich auch von deren Zeiten abwechseln, also von 21 bis 22 Uhr und von 22 bis 23 wäre dann die Zeit. Ich würde es so handhaben, wenn der in Saint-Denis sagt, ne, das ist mir nix pro Tag, dann würde ich natürlich pro Tag von 21 bis 22, äh, äh, 21 bis 23 Uhr öffnen und äh, äh, dann haben wir ein Special, äh, da wollen wir, äh, drei Tage die Woche, wollen wir auch eine Eröffnungszeit von, äh, länger anbieten, dass ich, äh, nachnutze, äh, viele Leute da ist. Schauen, das hat der Seifert vorgeschlagen und dann denke ich, das ist eine gute Idee. Klaro, Porke, ne? Ja. Und einmal, äh, einmal alle zwei Wochen wollen wir auch eine Band machen, also das ist. Schön, weil ich auf jeden Fall, ich meine, ich bin die Mastercheid in Saint-Denis und den Valentin, meine Schuhe werden schmutzig, ne? Ja, ich muss ein Schluck, äh. Deswegen also unbedingt, ich würde, würde gerne vorbeischauen, ja? Ja, sehr gerne. Und ich bin mir sicher, die Seniors Marschall, äh, werden mit Sicherheit auch nicht abgeneigt hab und so ein paar Dolaris im Casino zulassen, ne? Ja. Auch wenn die Seniors Marschall eher nicht besonders stringfest ist. Die Herrschaften sind ja sehr verschwiegelt. Ich kann Ihnen ja schon, äh, einen Tipp geben. Also wir haben uns ein Konzept überlegt, dass wir zum Eröffnungstag, äh, jeden, äh, Besucher des Casinos 300 Dollar schenken. Und, äh, ja, und, äh, so kann der Herr, äh, äh, ihr könnt also für jeden Tisch 100 Dollar quasi, ja? Also er kriegt jeder 100 Dollar pro Tisch. Und, äh, wenn die Herren gewinnen, sind wir natürlich vorzüglich begeistert. Und, äh, ich hoffe natürlich, sie werden auch in dem Maßen trinken, dass es sich für uns auch trotzdem noch rechnet, ja? Ja, ja, da habe ich keine Sorgen, wenn ich, wenn ich weggehe mit, äh, guten Leuten, dann, äh, kann schon sein. Definitiv werde ich an diesem Tag, äh, äh, auch mal da sein. Ja, ja, davon gehen wir aus. Deswegen haben wir uns, äh, so ein Konzept überlegt. Das gab es ja auch noch nie. Und, äh, äh, ich bin ja einer der reichsten Menschen hier in einem Country und ich denke mir, klar, man gibt auch gerne den Leuten etwas zurück, ja? Als Dankbarkeit. Ich bin ja ein kleiner reich geworden und das habe beigetragen. Ich würde fast sagen, Sie sind wahrscheinlich der reichste, Senior Hunter. Ja, ich wollte jetzt nicht so auf den Tisch, auf den Putz hauen, aber wenn Sie das so natürlich sagen, ja, mag sein. Äh, Herr Hunter? Ja, bitte. Wo Sie einmal hier sind, äh, ich habe den Zeitungsmenschen auch leider noch nicht gesehen. so wie ich den sehe, kommt natürlich eine Dankeschreibung, äh, ihrerseits und logischerweise auch anderen Farmen, ähm, in die Zeitung. Ja, das hört sich gut an. Ich hatte ja eine größtügige Spende, der erste kam überlassen, Monsieur, das wussten Sie wahrscheinlich noch gar nicht, äh, und, äh, hatte natürlich darum gebeten, dass natürlich, ähm, ähm, ein Bestellung aufgenommen. Wir haben die, äh, Spezifikationen uns mal genau durchgeguckt und sind auf Never Revolte und Bold Action gekommen und dann werde ich die sofort gleich herstellen. Perfekt. Ja, ja, dann, äh, dann soll die heute Abend fertig sein. Ach, heute Abend schon? Ja, die sind heute Abend fertig. Ich habe das Material da, Munition ist auch da. Ich denke mal, Express-Munition soll es ja wohl werden. Ja, ja. Ich, 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 bevor der Governor mit ihm spricht, ich hatte ihn, äh, gestern noch, äh, mal 100 Patronenhülsen bei mir unten in den Laden gepackt, weil sie, äh, weil sie, äh, weil sie da Bedarf haben, ja, das habe ich gestern, äh, gesehen in einem Laden habe ich direkt gekauft für sie, ja. Das geht sehr gut, ja. Ja, alles klar, dann, äh, wollte wir die Handenschaft nicht weiter aufhalten, ja. ich weiß nicht noch mal verständigen sie haben ja keine telegramm oder und so was ich habe tatsächlich ein posten wir nicht mal die nummer geben das würde ich ihnen weiß ich nicht auswendig das ist das problem aber hier ist so gleich das post da wenn sie fertig sind schauen sie mal wo ist das posten ja hier direkt gucken sie mal in die übersprungen sogar fast dann komme ich gleich wieder 386 gut ich habe gerade nachgeschaut ich habe aufgeschrieben 386 ich bin 50 jahre was soll ich sagen es ist 386 ja das gute ist dass die post bei mir schon aus dem wird direkt abgeholt da ist das gute ja deswegen mittlerweile ich habe wieder ein post ja gut dann werde ich ihnen einen brief zukommen lassen wenn wir denn die öffnungsfeier habe natürlich als jahrengast hat sich eingeladen ja speise getränke gehen natürlich aufs haus bei ihnen das ist ja das muss gar nicht sein dass das ist immer sehr freundlich wenn die leute das anbieten aber man ist am ende des tages sie muss dein geschäft machen und der stadt profitiert auch davon wenn sie gut leben wenn andere dann auch gut leben ja wenn uns das geschäft ermöglicht müssen also ich meine ich möchte wenigstens meine dankbarkeit oder wir möchten unsere dankbarkeit ausdrücken also dass das möchten wir schon da bestehen wir schon drauf ist also wir haben auch für sie die 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 luxus suite natürlich bereit gehalten dann auch nicht den weiteren weg zurücknehmen muss das hört man sehr gerne aber der weite weg ist drei häuser blocks weiter weil da wohnen sie wissen wo ich wohne sie haben mich schon besucht senior handel ich weiß nicht ob ihre ihrem zimmer auch eine dame da liegt ich wollte nicht weiter ich bin verheiratet wie kennen sie bestimmt auch noch lange nicht gesehen hatte die 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 kaktus blumen nicht vertragen oder die ist tatsächlich aktuell geschäftlichen in europa unterwegs hat sie die blumen hoffentlich mitgenommen dass ich kann mich sagen ich durchsuche nicht den koffer von meinen frauen wer untröstlich wenn er hört dass die blume nicht mehr existiert alles klar ich wollte sich weiter aufhalten gute geschäfte ja es waren seine erde senior handel und schön dann noch ja vielen dank dass sie jede sich auf den weiten weg gemacht hat in unser warmes annisburg ich wollte ihnen da etwas von meinem projekt erzählen was ich vorhabe ich habe sie ja schon benachrichtigt schriftlich dass ich eine jahre ausstelle der nra ich damals mit gegründet habe in new york hier aufbauen wollte und halt diesen gedanken der zivilen verteidigung in die county tragen wollte und so habe ich mir überlegt dass wir hier in der nähe von annisburg vielleicht ein stadt eröffnet und die können dahin laufen dass ein kleiner weg ist warm wenn sie wollen oder sie können mit der kutsche mitfahren dass man sich gar nicht wovon sie reden also ich wollte ein ich hatte ein stadt ja dann passen sie auf wenn das bearbeitet in ersten instanz mein sekretariat ja also es geht darum ich habe hier die waffenmanufaktur hinter mir und ich wollte hier einen stadt in annisburg aufbauen das einmal das sicherheitspersonal natürlich auch schießen kann und hier einen schießclub dann gegründet wird dass die möglichkeit besteht dass die bürger ihres counties dann hier in diesem schießclub an schießen teilnehmen können ich würde das immer organisieren trainingstage und würde dann auch wenn jemand möchte ihm das schießen beibringen halt nicht nur das schießen sondern auch das taktische vorgehen und was man alles so mit waffen machen muss dass wir also ein bisschen sicherheit in die waffenbedienung bekommen und dass die bürger die möglichkeit haben auch kontrolliert zu schießen weil viele möchten gerne mal schießen aber es ist natürlich nicht überall erlaubt und so hätte man dann einen platz wo man sich treffen kann wo man dann auch seine fertigkeiten beibehalten oder verbessern können das ist mein ziel was verstehen so ein taktisches vorgehen ich verstehe darunter dass man gerade unter den sicherheitskräften hier vielleicht auch ein bisschen lernt aus der deckung zu schießen den taktischen magazinwechsel durchführt weil wir unsere percussions revolver die wir heutzutage ja haben immer die komplette trommel auswechseln und nicht so wechseln können dass das wichtig ist dass man lernt auch vielleicht mal auf ein zwei schuss in der trommel zu verzichten sofort dann schon eine geladene an die an die waffe anzuschlagen und dann sofort wieder kampfbereit zu sein ohne jetzt verschossen zu haben und dann da zu stehen und nicht mehr weiter zu kommen das sind so wichtige dinge in meinen augen also vorher zu so soll das sein dass man wie gesagt sich gegenseitig deckt dass man dann vorgeht und auch in deckung bleibt und nicht immer offener vor dem gegner steht und das wollen sie jedem beibringen das würde ich jedem beibringen wenn er es möchte das ist ja immer das ziel von so einem schießclub dass man sowas beibringt auch eine zieldarstellungsanlage habe ich mir überlegt da habe ich im sekretariat auch schon pläne vorgelegt dass in der art von einem ton taubenschießstand man dann auf bewegende ziele schießen kann aber ist das für die für die serie schon mal chance und generell unsere geschätzung dann nicht etwas kontraproduktiv jeder bürger weiß wie man im krieg hantiert ja die idee des zweiten zusatzes zur amerikanischen verfassung liegt ja darin dass wir mit unseren bürgern weiter kriegsbereit sind dass nie wieder so was passiert dass wir unter der fuchtel von britischen besatzern wie sich nachher ja dargestellt hat uns irgendwie wieder knechten und unterwerfen ist da gebe ich ihnen absolut recht aber wie sie sich sicher auch vorstellen können ist die regierung nicht so wahnsinnig begeistert vom zweiten verfassungszusatz weil der die bürger ermächtigt die regierung zu stürzen ich bin davon überzeugt dass dieses dieser zusatz noch ganz viele viele jahre in unserer verfassung bestehen wird also ich würde mir vorstellen dass wenn sogar irgendwann mal das jahrtausend wechselt später noch weiter dieser zusatz bestehen wird das denke ich mir und so ist halt meine idee und das ist natürlich alles ihre entscheidung ob sie das zulassen möchten im county aber wie gesagt der geist des zusatzes sagt ja oder spricht ja von der verteidigungsfähigkeit und das könnte man so machen und er aber weißt du papier ist geduldig ist es ein verbrecher auch der auf einmal verteidigungsfähigkeit wie du sagst auf einmal kann und wird er das auch nur als verteidigung benutzen haben aber wir haben bis jetzt sehr gute erfahrung gemacht und wir haben ein weitläufiges county und es ist natürlich auch für den bürger der weit draußen in seiner farm wohnt fast die einzige chance sich zu verteidigen weil bösen männer wird es immer geben männer sich nicht verteidigen können dann ist das für die guten männer schlecht die bösen männer haben immer waffen da werden wir auch nie was gegen tun können die bösen männer kommen doch meistens sind überzahl so dass die guten männer keine chance haben und deswegen auf uns zurückgreifen müssen und wenn wir dann ich sag mal ganz hart schlechter ausgebildet sind als dann irgendwelche militärisch ausgebildeten ganoven haben wir ein problem ja das ist schon das ist schon richtig das ist meiner meinung nach ohne sehr europäische betrachtungsweise gesagt ihr hier in amerika auch texas bedacht ich bin aber erst zehn jahren hier ja aber wie gesagt das ist der das ist eigentlich die amerikanische gedanke und gerade meine arbeit in den in der in der army hat auch gezeigt dass da großer bedarf besteht und zu guter letzt ist natürlich der skisport auch immer noch ein sport und gesellschaftlicher event den man selbst ja in europa sogar weiter trägt und da auch auf schießstände steht ist ja nicht so dass in europa überhaupt nicht geschossen wird also der skisport und dazu kommt natürlich auch die jagd das was alles gerne ausgebildet in amerika das kann dann hier durchgeführt werden wir haben es ja gerade nicht nur von skisport haben sie auch gerade von wie sie sagten einer wie soll man das nennen zivil militärischen ausbildung ja ja also die pläne bestehen ja so dass man irgendwann eine sogenannte nationalgarde aufstellen möchte das ist ja auch in unseren heutigen zeiten um die jahrhundertwende im gespräch auch in washington ganz viel dass eine eine truppe aufgestellt wird jetzt von milizen die dann auch weiter die landesverteidigung innerhalb falls mal irgendwelche inneren probleme auftauchen sollten weiter bedienen das heißt verteidigung ihr pendejos habt uns den krieg erklärt letztes jahr was ist das für eine verteidigung aber gut ja ja wie gesagt es ist für mich in meinen augen und durch stehe halt voll hinter dieser amerikanischen ansichtsweise die wir auch hochhalten sollen und wie gesagt den sport und alles weiter fördern sollten wie gesagt auch als gesellschaftlichen event natürlich und in meinen augen ist es wesentlich zielführende einen platz zu bieten wo man kontrolliert halt schießen kann und nicht überall irgendwo mal irgendwelche pistolen und waffen ausprobiert sollten das kommt ja auch dazu ich brauche mehr personal ja und sicherheitspersonal ist natürlich auch immer dann herzlich eingeladen um da üben zu können es wird also eine schießbahn gehen wo man dann halt schießen kann und bei mir im geschäft gibt es natürlich auch die notwendige munition dazu wie stellen sie sich das mit dem nationalgardezeug denn vor wo das weiß ich nicht ich bin ich bin nicht der der gesetzgebenden gewalt angehörend aber so wird halt darüber gesprochen dass das was ich weiter tragen kann und ich mache die gesetze nicht wie dann irgendwelche aber wenn sie davon reden müssen sie doch etwas darüber wissen er will ja keine nationalgarde gründen er will ja nur die lehler gelegen richtig damit so etwas in zukunft kann entstehen richtig aber wie entsteht denn sowas weil das muss er dann wissen wenn eine grundlage erstellen will muss er wissen wie das finale produkt dann aussieht weil sonst kannst du keine grundlage ist was du sagst sein finales produkt ist lehrwissen ok verstehe also hier geht es jetzt verstanden habe nicht vor eine priva damit zu gründen mit einem club wo er leuten die interesse an dem umgang mit schusswaffen haben beibringen kann dies ist sicher und vernünftig und besser zu betätigen so ist mein plan was jetzt an washington an bundesstaatübergreifenden gesetzen verabschiedet wird wie man die army zusätzlich noch mit zivilen kräften verstärkt das ist nicht ganz ganz weit aus kuba die meinen landsmänner abknallen ja gut wie national gerade soll dann ja eine sicherheitstruppe sein die nicht über die grenzen hinaus dann tätig werden soll das auch das ist halt die verteidigung innerhalb des landes naja sie sie müssen verstehen natürlich ich repräsentiere die vereinigten staaten mit meinem amt auf die andere seite bin ich ich bin geboren in spanien und wenn man gerade zu diesen seiten wo wir sind seit einem jahr im krieg mit den spaniern da finde ich es ein bisschen vermessen zu behaupten dass das alles nur dem eigenen schutz dient wenn man die unabhängigkeit von einem völlig fremden land was unter kolonialherrschaft steht fordern das ist ein land of your business wie man so gerne hier ja ich bin da auf jeden fall auf der seite und amerika führt ja nun mittlerweile seit 1785 58 entschuldigung sehr viele kriege und ich denke mal dass es auch die nächsten jahrhundert doch so weiter geht wenn amerika weiter interessen in einem teil der welt hat das sind allerdings das ist allerdings ein politikum nach das liegt mir auch weit entfernt darüber zu urteilen ob das richtig oder falsch ist was da getan wird mir geht es halt um den um den sicheren umgang weil ich habe schon ein gespräch mit der bevölkerung gehört dass man wirklich gerne mal mit waffen hantieren möchte aber sich teilweise nicht traut weil es halt keine kontrollierten gebiete dafür gibt wo man das dann machen kann und ja auch relativ zügig von dem sicherheitspersonal dann zurückgeschossen wird was ja auch völlig in ordnung ist aber wenn man halt auf einem platz ist wo man sagen kann ich habe hier eine sichere zone in anführungsstrichen umzuschießen dann wird das vielen menschen auch den umgang erleichtert und da wir nun mal waffen haben und das wird immer so sein in diesem land müssen wir auch damit vernünftig umgehen mindest unfälle und unsachgemäße handhabung natürlich zu verbieten und auch den leuten die möglichkeit zu geben wirklich mal mit den waffen zu arbeiten das ist eigentlich bei mir das was im vordergrund steht mit dem schießstand und nicht angriffskriege oder mir zu überlegen wie weit ich die landesverteidigung aufbauen dafür sind politiker zuständig das mag sein ja sie haben gesagt sie haben bereits eine location gefunden ja ich habe mir einen einen platz auserkoren hier der ist ein bisschen außerhalb natürlich was mir ganz wichtig ist und natürlich auch so gelegen dass projektile hier in denen sie hinter uns fallen und keine unbeteiligten oder da von beeinträchtigt wird wir können uns ihn gerne angucken es wird so fünf minuten fußmarsch sein bevorzuge die kutsche haben in letzter ein bisschen gut gegessen oder vielleicht doch getrunken ja wenn ich mich der kutschfahrt anschließen könnte dann würde ich dann die richtung vorgehen ja ich bin gespannt ja es ist nicht mehr weit wir können das schon sehen aber wir müssen eben dem weg hier noch ein bisschen folgen da gibt es ums eck weil ich wollte das natürlich ein bisschen auslagern damit die bevölkerung hier nicht unnötig nervös wird und die arbeitstiere nicht ständig durchgehen ja ich habe ich habe gehört die deutschen sind ganz schnell mit dem finger wer die deutsche deutsche kolonie ja das wusste ich zum beispiel gar nicht sind hier deutsche die meisten zumindest die meine gut seitdem der franzose doch kannte da ist noch ist ein bisschen anders aber normalerweise wie die industrie hier in annesburg wurde von deutschen gegründet das ist wie schon da da ich wusste es sind sie müssen man auf die erstes auf die saloon schauen auf die ja auf die saloon auf die gemeinschaftshaus dann steht der deutsche name drauf bin noch nie aufgefallen bin also das ist wie soll das sein genau angefangen hier von diesen steinen dann ist der plan den weg abzuzäunen und dann bis dahinten zu den steinen zu dieser steinwand wo man dann auch ziele aufbauen kann so weit abzusperren links haben wir den großen stein noch und dann wird sie vom wasser begrenzt und wenn man hier ausschießt kann man halt niemanden irgendwie gefährden die projektile landen im wasser pfeile landen nichts großartiges passieren hier vielleicht dann wo wir stehen den eingang zu diesem gelände und dann würde ich halt für vorgehensweise um sowas zu lernen noch sandsäcke oder irgendwelche hindernisse aufbauen aber ich denke mal wir haben so eine schöne entfernung um mit gewehren und pistolen zu hantieren wenn man dann später mit scharfschützengewehren noch arbeiten möchte dann kann man halt mit boten dann die ziele draußen auf wasser darstellen und darum denke ich mal dass die sicherheit hier vorhanden ist und sie immer noch ein bisschen nähe zur stadt haben das wäre die idee schlecht aufgestellt soll dann die zielwurf anlage hinten an den steinen dass man sich dann hier positioniert und dann von hier auf die ziele in diese richtung schießt und bis zum anderen ufer kommen wir nicht ja ich würde mich freuen wenn es funktioniert und wenn wir dann eine lösung finden also ist die idee und wie gesagt in den gesprächen in meiner zeit seit ich hier bin mit der bevölkerung besteht auf jeden fall gesteigertes interesse daran ja gut das sagen die meisten immer und dann ja das aber es ist natürlich so viele wollen auch gerne mal ihre waffen ihre waffen benutzen und ich bin selber wenn von waffen und vom schießen ich mag das ganz gern ich nehme das auch einfach mal um mal abzuschalten ob ich zu konzentrieren und zu zielen wenn ich das ganz schön und wenn man die geräte hat dann kann man zeitchen machen und ich denke mal das wird den ort auch ein bisschen geleben denn viele sind doch schon sehr stationär teilweise auf ihre heimatstädte dass man ein bisschen reist und warum kommt wieder natürlich der ganze region hier auch helfen wenn wir mehr besucher hier wenn das umgesetzt wird wir sind dann auch die marsches oder beziehungsweise die polizier dazu eingeladen ja das ist ja das ist ja das was ich mit an ihr büro gegeben habe dass die sicherheitskräfte natürlich dann auch exklusive zeiten haben wo sie dann nur hier arbeiten können dass man halt jetzt nicht zwischen allen möglichen zivilisten steht und dann ja weitergehende taktiken und und auch vielleicht seine seine taktiken ja nicht verraten möchte dass es dann exklusive zeiten wird wurde an der sicherheitspersonale schießen kann das ist natürlich das natürlich selbstverständlich nun ich als alter soldat habe ja immer ein herz für das sicherheitspersonal sind ja auch meistens ehemalige soldaten dabei das wird natürlich dann sofort geht oder so durchgesetzt okay ich danke ja gerne wenn noch weitere fragen sind stehe ich natürlich immer gerne zur verfügung ich glaube ich habe erstmal alles gehört was ich hören muss ja und mit dem marschel wollte ich mich eigentlich auch heute unterhalten aber da kam mir das dazwischen aber er hat sich ja fügung geschicksal zu ergeben dass er auch da ist wie gesagt mein angebot steht immer noch ihr personalen mit mit waffen ich weiß nicht was ihre standard waffen genau sind zu versorgen und mit munition ich habe jetzt die flinten laufgeschosse die jetzt letztes jahr erfunden wurden und entwickelt wurden die habe ich jetzt auch bei mir also man muss jetzt nicht unbedingt eine flinte haben sondern es reicht mir auch eine büchse ohne gezogenen lauf dass ich halt geschossen gezielt schießen kann damit und dann auch gerne mal angucken ich glaube die standard von waffen von der herrn wessen kann kann ja die winchester der double action revolver das sind die drei dienstwaffen momentan sieht es noch ganz gut aus dem lagerbestand aber ich habe gesagt sobald ihr welche brauchen würde ich auf die zukunft ja können wir gerne machen also ich kann ihnen alle drei kann ich ihn herstellen und wie gesagt munition ist auch dazu die mannstoppende munition hochgeschwindigkeits munition und normal habe ich alles da und kann ich dann kann ich dann jederzeit herstellen das möchten das mit der munition könnte wahrscheinlich sehr bald als auftrag kommen ich habe vor nochmal mit den sheriffs in großer runde zu sprechen aber mein plan vor dass das sheriff's office in valentine sowie in vodess ennisberg und auch hier mit munition bestückt wird damit die kollegen von der polizei sich eben immer vor ort neu ausrüsten können und nicht erst in waffenladen rennen müssen ja sondern dass sie immer zugriff haben auf munition ja ich würde mich auch ganz ehrlich über über streifen freuen also wenn ihr tatsächlich auch meine patrouille ab und zu mal einmal am tag vorbeikommt ich habe nur noch einiges an werten bei mir in den geschäftsräumen vorliegen weil ich muss ja immer ein bisschen da haben um was herstellen zu können und da kommt einiges zusammen wir haben ein kleines problem wir haben ab und zu mal die eine oder andere wildkatze hier dass man da vielleicht auch mal immer mal so eine streife und dann kann man ja auch im grunde genommen bei mir sofort dann die bestellung abholen war hier noch keine streifen technisch ich habe nur selten jemanden gesehen und ich bin eigentlich relativ oft in meinem in meinem geschäft weil ich ja alles erstmal so weit wieder herstellen musste um den betrieb aufzunehmen also ich habe selten jemand gesehen ich meine ich jetzt natürlich auch nicht davon aus dass jeder vorbeikommt sich vorstellt bei mir kann ja auch sein dass sie durch die stadt geritten sind aber ich würde mich über so eine so eine anwesenheit auch auch mal freuen wenn es auch passiert ja da habe ich glaube ich was anzusprechen denn sowas für euch in der satz hat öfter ich meine valentine ist auch zuständig für annesburg deswegen ist wundern mich ein bisschen weil ich glaube dass die partner ist ganz gut besetzt wir haben nicht wirklich mangel an personal klar mehr ist gut aber ich höre jetzt schon zum zigsten mal dass irgendwie keine patrouille geritten wird und das macht mich persönlich ein bisschen sauer ja es kann natürlich sein dass ich die nicht gesehen habe und darum kann man das vielleicht mal so dass man sich einfach mal eben in den lieben vorstellt man fragt ob es in ordnung ist und dann würde ich natürlich auch bestätigen können dass mehr streife hier ist noch ich muss auch sagen ich bin jetzt die letzten tage extrem viel zwischen sand denis und valentine gependelt weil ich einfach viele kleinere geschäfte abschließen musste und ich musste lugen wenn ich sagen würde ich hätte ein einziges mal eine macke auf blitzen sehen okay das ist gut zu wissen dann werde ich meine kollegen mal darauf ansprechen denn das kann nicht sein patrouillen pflicht vernachlässigt wird weil das ist die wichtigste arbeit die wir haben die die beiden einzigen die ich ab und zu mal sehe die schreifen machen ist die frau hese und lassen sie mich lügen okay ich weiß dass der herr gott wie hieß er jetzt der deputy sheriff aus valentine das habe ich den namen vergessen das ist ja richtig dumm jedenfalls dass wir andauern das ist bella vita ist der sheriff aus roads ein kinder wieso habe ich seinen namen vergessen wie dem auch sei auf jeden fall er reitet dauerhaft patrouillen ja dann was ist mit dem rest der rest ist dann ziemlich faul so wie es scheint das ist nicht gut des weiteren ist mir aufgefallen dass der ein oder andere kollege durchgehend in wellentine rumlungert der da eigentlich gar nicht so wirklich seine aufgaben bereich ich muss mal mit den jungs reden da muss eine lösung er muss definitiv lösung ja scheint so wie gesagt kollegen können gerne bei mir im laden vorbeigucken und mal guten tag sagen dass sie da sind dann könnte ich auch bestätigen dass welche hier sind und kaffee gibt es natürlich immer ja es ist halt wirklich ich höre das jetzt schon zum ich glaube 10 15 mal innerhalb von drei vier tagen wird man mit den kollegen reden aber wenn sich das bewahrheitet ist das halt schon schlecht weil das ist ja nicht sinn der sache dass die kollegen nur in wellenteilen oder in ihren jeweiligen örtchen da sich die beine im bauch stehen die sollen auch patrouillieren die straßen abarbeiten denn da passieren die meisten kriminalfälle ja gut ok dann vielen dank für die info ja sie eine sache habe ich noch seniore wie wäre ihr name bitte scherp hat ist der scherp hat senior scherp hat müssen wir ganz kurz mal ich habe auf meine kutche noch etwas liegen und zwar eine winchester ja ich habe jetzt das letzte mal habe ich das hier als ein puma marschals da ist ein puma ich weiß nur nicht wo jetzt mit 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 ich hole meine winchester das ist mir lieber ich habe den ganzen der fände gehört ich weiß nicht wo da ist es es ist tot marschall sie brauchen nicht zu tun das könnte der gubernador nicht schießen das habe ich nicht behauptet nur der senior das senior west schießt noch hinterher obwohl er gar nicht muss ich wollte in dem moment als sie geschossen habe ich dem kollegen vom waffenladen gesagt ich schieße ihn an damit er sieht wo ich hinschieße in dem moment haben sie geschossen denken sie dran auch ich war mein marschall noch auch ich habe in den stand der waffe gehabt shadow singer dankeschön grüß die nummer eins alles klar ja das ist übrigens das gute stück also es geht nicht darum dass es nicht gut schießt es soll besser aussehen und ja wenn sie vielleicht dass sie schon mal gesehen haben das habe ich jetzt letztens machen lassen mit die weiße griffe ich hätte das auch gerne in weiß wenn sie mal was machen können mit herrn wir haben ja ein paar männer unterhalten es bei der toten katze ja ein weißer griff das kann ich ihn lackieren perl mut griff wird natürlich schwierig bei einem gewährschaft ja ich weiß nie ich meine ganz ehrlich lasse ihnen das da und hol das morgen ab wenn ihnen das passt ja gerne und sie überraschen mich einfach mal gerne sehr dunkel und ich habe die grau und schätze bei mir auf dem rücken angucken möchten ich habe zum beispiel immer sehr gerne dunkel und dann mit den goldenen in tasien da drin das finde ich zum beispiel war sehr schick das sieht auch gut aus aber wie gesagt ich mag er so weiß schwarz und ja auch gravur aber tendenziell wenig ja so ganz ganz leichter vielleicht vielleicht ein bisschen vielleicht ein bisschen über den lauf genau ja ja das können wir machen weißen griff ich bin immer so ich bin immer ein freund von gedeckten farben bei waffen gerade ich sehe auch ständig leute mit goldenen waffen durch die gegend laufen was natürlich in einem kampf wenn man dann mit der sonne erst mal die reflektion zum gegner blinkt und sagt wo man ist weil man ebenmetalle nutzt das ist immer sehr strange muss aber auch sagen für mich ist das auch weniger ein alltagsgegenstand als er vielleicht auch ein modisches access mehr mehr für das prestige möchten sie da vielleicht auch gute vielleicht einen lederschutz drum haben das ist auch immer sehr schön wie gesagt ich gebe ihnen die waffe und sie überraschen mich morgen ja können wir haben eine vorstellung und das ja das muss reichen senioren ja gar nicht gerne gerne machen ja danke ich bin morgen um die gleiche zeit erreichbar wo wir uns heute getroffen haben wo wir wollen ich kann sie auch gerne ich nein danke das brauche ich nicht ich kann die die auch gerne vorbeibringen wenn sie möchten das ist kein problem ich denke ich denke das schaffe ich schon alles bürger ist immer eine reise wert und ich denke mal wir leben das ganze ding aber das ist auch das was ich sagte mit diesen auffälligen laufmaterialien in hochglanz poliert das kommt natürlich auch dadurch dass die menschen hier ganz wenig mit waffen zu tun haben und dann auf solche ideen kommen wo halt ein mensch der mit waffen umgeht und weiß dass es nicht unbedingt sinn macht mit so einem spiegel durch die gegend zu laufen das soll immer noch eine waffe sein sie soll genau funktionieren aber sie sollen auch ein bisschen was her machen da müssen sie dem dem status meiner selbst angepasst ist schon so mehr oder weniger nein das ist das ist richtig wie gesagt ich werde den griff material schön hell machen und dann ein bisschen was gravieren denke mal da kriegen wir schon was schönes hin gold ist ihre farbe oder lieber silber weil ich würde silber für den für den hellen griff nehmen weil das passt dann wieder weil ich einmal gelb einmal weiß ja nicht meine farbe ich lieber lieber weiß silber so in die richtung dann bringen sie noch zurück die waffe haben sie und dann denke ich sehen wir uns morgen